Heute beschäftigt mich zunächst einmal das Ausmaß des Leides, das diese Katastrophe über so viele Menschen gebracht hat. Meine Gedanken und meine Anteilnahme, auch die der ganzen Bundesregierung, sind jetzt bei den Menschen, die so jäh ihr Leben verloren haben. Bitte schäuze! Bitte schäuze! Was man zu schäuze, wenn sie in der Hände gehalten sind, ist es ein ... Echt. Vielen Dank.